Wir haben uns Mojis geholt aus dem Thailander Laden und wir werden es jetzt mit euch probieren. Oh Junge, die sind doch voll kalt. Und? Was findest du? Kannst du mir aufmachen? Mh, Nussgeschmack halt. Kannst du mir aufmachen? Ich muss filmen. Du musst ja auch meins essen. Ja, dankeschön. Geil! Also wenn man Nuss nicht gerne hat, nicht kaufen. Ah nein, es ist Kokos. Ich glaub, du hast es gerne. Und du? Ich hab noch gefroren. Ich probier es, erste Rechnung. Und wie findest du? Schmeckt nicht so geil. Nicht? Nein, es schmeckt nicht so gut. Willst du es essen? Ja. Ey, ich liebe Beste. Beste. Okay, die schmecken schon am Schluss geil. Aber am Anfang nicht so. Morgen gehen wir nochmal hier hin. Dreh dich herum. Und dann holen wir noch mal hier hin. Und holen wir noch mal hier hin. Und dann holen wir Kokos. Die andere Sorte. Und ja. Ciao. Bye. Bye.